hallo und herzlich willkommen liebe leute bei ubi testet heute machen wir alles mal ein bisschen anders denn wir haben ja auch ein komplett anderes auto als es sonst bei mir auf dem kanal ist denn wir wisst bei mir auf dem kanal geht es normalerweise um familienautos alltagsautos und autos die ihr euch da draußen auch wirklich kaufen wollt und nicht einfach irgendwelche fantasieautos die sich keinem mensch leisten kann dafür sind andere kanäle zuständig aber nicht ubi testet heute habe ich mir dennoch mal was überlegt ich habe hier für euch wie ihr seht ein wunderschönes cabrio was auf einen ikonennamen hört ford mustang um genau zu sein und die kenner unter euch werden es bereits erkannt haben wir fahren hier nicht irgendeinen mustang nein wir fahren natürlich den 5 liter v8 mustang heute und genau um den geht es heute so ein bisschen denn vielleicht geht es euch da draußen so ein bisschen wie mir als familienvater wenn man dann doch mal viel zwischen arbeit pendelt und familienleben das ist zwar auf der einen seite entspannt einem das familienleben dann ist wieder mal die arbeit entspannender aber es gibt auch einfach momente wo man ausbrechen will wo man raus will aus dem vater sein aus dem ja den normalen alltagsleben ausbrechen will und genau für sowas und wenn wenn die kinder da draußen von euch älter sind vielleicht schon in der pubertät und ja dann sagt man mein gott die kinder geht langsam aber sicher ist vorbei und ich will nicht mehr und ja entweder man nimmt sich seine frau oder ich auch nicht je nachdem dann könnte man doch durchaus sich so ein auto hier mal zulegen und ihn als sogenannten fluchtwagen nutzen wäre doch vielleicht eine idee oder wir lassen das jetzt einfach mal nicht die midlife crisis sein die es vielleicht ist sondern es geht hier tatsächlich einfach darum was bringt so ein mustang vielleicht wieder an an frische in den alltag hinein vielleicht betrachten wir ihn heute einfach mal nicht klassisch sondern reden heute mal so ein bisschen über familie den mustang und was dieses auto in einem so ein bisschen hervorruft wenn man denn ausbrechen will im escape car also viel spaß heute mit dem ford mustang 5.0 gt convertible viel spaß ja ich nehme euch jetzt erst einmal mit den mustang von außen zu erleben twister orange metallic der teuerste lack den ford für den mustang bietet ist hier auf dem pressewagen drauf es schaut schon sehr geil aus wie ich persönlich finde natürlich ganz klar ein mustang ist und bleibt immer erkennbar und so soll es auch sein wir haben einen riesigen schlund mit dem pony in der mitte wir haben einen massiven spoiler hier unten der auch dafür sorgt dass man gerne mal irgendwo aufsetzt das ist natürlich so eine kleine krankheit aber ich glaube damit lebt man dann durchaus gerne wenn man einen mustang fährt ja natürlich haben wir auch hier ganz klar sehr sehr schöne scheinwerfer die wir hier sehen aus voll led das led tag verlicht habt ihr schon bereits gerade gesehen das ist dann hier im scheinwerfer drinnen das sind dann hier diese drei streben die man sieht darunter haben wir das stand verlicht untergebracht stehen tut unser mustang hier übrigens auf 19 zoll rädern die ab werk dabei sind so wie wir das sehen hier das sind auch massive räder die sehen auch toll aus eine standfeste brembo bremsanlage ist da dabei das 5.0 steht natürlich für den 5 liter v8 saugmotor der hier unter der haube von unserem mustang cabrio werkelt und ich persönlich finde das ist schon eine sehr sehr schöne klassische linienführung die der mustang hier bietet weiß nicht wie gefällt euch der mustang schreibt mir das unten in die kommentare mich interessiert echt was ihr darüber denkt ich finde ihn ja persönlich schon ein richtig richtig geiles schiff 4 meter 79 ist er lang das ist schon ein ordentliches maß was der mustang hier hat natürlich hinter der kofferraum klappe verbirgt sich jetzt kein sonderlicher riesiger kofferraum aber was erwartet man auch das auto soll ja jetzt auch nicht so sehr familientauglich sein das interessiert uns heute auch einfach mal nicht auspuff endrohre und zwar diese trompeten von ericho ja das muss man einfach mal sagen die sind dafür da dass dieser wagen mit dem fünf liter v8 so verdammt geil und süchtig machen klingt diese abklappen abgasanlage ist serie ja sie ist serie genauso wie man es hört man glaubt es eigentlich kaum aber was für ein geiler sound den fort und hier zaubert am heck ganz klassisch die mustang rückleuchten hier sind sie weiß und klaus klar glas geformt dann haben wir hier natürlich jetzt led beleuchtet das ganze schaut auch sehr sehr schön aus und hinter dem kofferraum deckel den wir jetzt auch einfach mal öffnen mit dem so übrigens das ist der schlüssel und da haben wir natürlich auch ein schönes pony hinten drauf ganz klar jetzt gucken wir einfach mal unter den heckdeckel des gts und was sehen wir ein durchaus passables stauraum fach sage ich jetzt einfach mal die klappen die ihr übrigens sieht die sind nur für das verdeck die kann man dann noch mal drauf legen die liegen jetzt auch mal so hinten drin braucht man im grunde nicht ja wenn es jetzt interessiert ist sind knapp über 330 liter stauraumvolumen wie ihr seht reisetasche passt rein ihr kriegt auch einen normalen koffer da rein das ist alles kein problem auch wenn dieser ausschnitt hier schon et etwas kleiner ist dennoch reisegepäck für zwei personen also zum abhauen reicht es was will man eh wenn man abhaut da nimmt man nicht viel gepäck mit und von dem her reicht dieses stauraumfach auch komplett aus bisschen schade was ich muss zugeben muss ist dass wir hier keinen keine klappe haben wo wir das zu machen können sondern wir müssen tatsächlich ein bisschen in den dreck hineingreifen und jetzt schauen wir uns hier nochmal gleich an wenn wir schon hier sind dann gibt es noch einen schönen blick auf das interieur aber ich würde sagen das schauen wir uns jetzt einfach mal ganz kurz noch mal genauer an und dann sehen wir was hier so sache ist ja wir sind im innenraum angekommen von unserem pony so sieht es hier drinnen also aus sehr übersichtlich würde ich jetzt mal sagen oder auch ein wenig traditionell so ein bisschen das hat schon was denke ich mal oder was meint die gute stube hier vom pony das ist schon ganz nett gemacht würde ich sagen ja hier hinten die notsitze also notsitze falls ihr irgendwas ablegen wollt nicht die kinder das ist ganz klar trotz isofix darüber reden wir heute nicht das sind die normalen sitze die wir haben bieten ganz ordentlichen seitenhalt sind sogar belüftet und beheizt wunderbar dann haben wir hier eine schöne plakette nochmal mit dem mustang schriftzug untergebracht lüftungsdüsen hier in der mitte und wie ihr seht habe ich noch winterreifen hier drauf bekommen auf meinem pressewagen und es ist anfang mai naja es ist aber so ist okay hier in der mittelkonsole fangen wir jetzt einfach mal an sync 3 navigationssystem wer es noch nicht kennt schaut sich einfach mal die anderen videos an ich kann euch nur sagen funktioniert ordentlich hat große tasten da könnt ihr wunderbar ok da haben wir die b und o audio anlage die sehr zu empfehlen ist die wirklich hervorragend ist und ein tolles klangbild bietet dann haben wir natürlich hier die möglichkeit noch die einzelnen sachen durch zu klicken wir haben jetzt auch hier die möglichkeit noch übrigens uns apple carplay rein zu holen das funktioniert auch ganz ordentlich also wenn ihr das braucht das navigationssystem ist gut so ist auch zu empfehlen darunter sehen wir jetzt schon mal das klimabedienteil das sieht schon etwas komplizierter aufgebaut aus ist aber auch einfach temperaturregelung ganz klar logisch so wie wir es brauchen dann wir haben eine sitze heizung und eine sitz air conditioning wohlgemerkt wirklich air conditioning also ich habe mich schon gewundert warum das sowas von kalt wird das ist somit die effizienteste oder effektivste sitzkühlung und sitzklimatisierung die ich bis dato gesehen und erlebt habe da wird es wirklich schön kühl auch am rücken dann natürlich hier die kippschalter die kippschalter gehen übrigens alle nur nach oben das heißt lenkrad verstellung auf sport rennstrecke oder normal dann die einzelnen modi da gibt es mehrere verschiedene und zwar gibt es da das modus normal my mode der personalisierte mod den sport plus modus dann den rennstrecken modus und einen drag strip modus sowie nasses wetter das heißt also wenn es tatsächlich im regen und dem schnee gefahren werden muss das tierchen hier dann könnt ihr damit ein wenig die traktionskontrolle und die gasannahme steuern ja wir haben hier ein schönes dünnes drei speichen leder lenkrad mit multifunktionstasten abstandsregel tempomaten verbaut hier haben wir dann die bedienung der audio anlage rechts dann die sprachsteuerung und den bordcomputer sowie diverse einstellungen und unter dieser einstellung hier mit dem pony verbirgt sich tatsächlich die wohl wichtigste einstellung für viele da draußen nämlich die möglichkeit den auspuff klang zu verändern ja wir können leise starten wir können normal fahren da ist er richtig schön laut sport und dann gibt es noch einen rennstrecke modus der aber sie ihr handbuch nur für die rennstrecke erlaubt ist es gibt noch einen start für den nachbar weil wenn ihr die rennstrecke nutzt sind die klappen komplett offen und dann ist die abgasanlage doch durchaus etwas lauter als erlaubt somit solltet ihr dies natürlich nur dann nutzen wenn ihr auf der rennstrecke unterwegs seid übrigens das voll digitale kombi instrument ist auch serienmäßig an bord und ich kann euch das noch mal ganz kurz zeigen wenn wir nämlich den mode taster hier drücken müssen wir das monster dann auch mal starten aber machen wir ja gerne dann sehen wir auch dass es hier eine andere grafik gibt das ist die rennstrecken grafik und wenn wir jetzt tatsächlich noch einen sport modus zurückgehen sport plus dann sieht das ganze nämlich so aus die farben übrigens was hier grün ist könnte ja auch einstellen unter den jeweiligen einstellungen deswegen da möchte ich mich jetzt aber gar nicht groß aufhalten denn es gibt viel wichtigeres als das und das hört man nämlich schon unter der haube naja hier steckt man doch ganz gerne mal die nase unter diese lange motorhaube hier vom ford mustang gt 5,0 liter v8 sauger haben wir hier unter der haube ja ein ordentliches stattliches triebwerk was wir hier sehen das passt auch ganz optimal hier so geradung wie unter die motorhaube muss man sagen natürlich gibt es noch für die da draußen die meinen sie müssen bei so einem auto noch sparen ein 2,3 liter eco boost vier zylinder ich persönlich würde sagen dass in einen mustang gehört einfach acht aber schreibt mir das mal unten in die kommentare was ihr sagt vier zylinder oder v8 das gehört hier in den mustang rein natürlich ist es auch eine philosophie frage turbo oder sauger ganz klar wir haben hier sind saugmotor solche motoren werden gar nicht mehr hergestellt die einzigen die das noch machen das sind die amis das ist tatsächlich fort und chevrolet die solche motoren noch bauen mit großen hubraum und es ansaugen frei saugend hier haben wir den v8 mit 450 ps die jetzt tatsächlich nach der modellpflege etwas in der leistung angepasst wurden die triebwerke der ecoboost ging runter dank opf der ging rauf hat natürlich keinen opf ha warum kein benzin direkt einspritzer keine rußpartikel braucht er nicht also liebe leute saugmotoren kaufen dann gibt es keine probleme mit dem auto partikel filter und auch dem daraus resultierenden leistungsreduktion so ich persönlich kann nur sagen 4,8 sekunden sprintet der hobel hier auf 100 laut werksangabe 250 stunden kilometer saufen soll er zwölf liter im mix laut werksangabe im test sind es bei mir 12,5 aber mit sehr spaß orientierter fahrweise wenn man ihn ruhig fährt und immer noch auf der autobahn auslaufen lässt lässt das habe ich jetzt mal gestern gemacht ich bin gestern mal am stück 120 kilometer gefahren überwiegend autobahn 160 180 und öfter auch mal kurz 250 top speed laufen lassen ja ganz ehrlich was kam unten raus der bordcomputer jetzt dürft ihr es mal unten drunter schreiben was denkt ihr 10,3 liter waren es am ende jetzt dürft ihr mir natürlich auch sagen ist das ein hoher verbrauch oder es ist ein geringer verbrauch tja ich würde einfach mal sagen klappe zu und die abgasklappen machen wir hinten mal auf und blasen bisschen sound raus für die gute laune da draußen wenn einem zu hause einfach die decke auf den kopf fällt wenn man zu hause gestresst ist die kinder schreien die frau keift einen auch nur noch an weil man irgendwas falsch macht in der arbeit läuft auch nicht rund ja leute was machst du da du kannst du natürlich beim psychologen auf die couch legen ja das geht wunderbar kannst du dich drauflegen dem drückst du ein bisschen geld in die hand und erzählst dem onkel gerne was von deinem leben da bin ich aber der meinung dass es genau dann der fall wenn es mir wirklich dreckig geht wegen irgendwelchen schicksalsschlägen dann lege ich mich gerne beim doktor auf die couch wenn ich aber einfach nur gestresst bin und einfach wieder runter kommen will wenn ich wieder meine mitte finden will kann ich natürlich yoga machen aber hey leute wir sind doch immer noch irgendwo männer wir sind immer noch kinder irgendwo da drinnen im inneren also raus mit dem kind im manne raus mit dem sehnsüchten die man damals hatte als kleiner buhr und dann einfach raus zu gehen sich in so ein auto zu setzen und den klang zu hören und immer hat man brumm 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 hat man doch als kind schon gesagt ja genau das ist der grund warum ihr einen mustang kaufen solltet leute acht zylinder der klang ja das ist es leute das entspannt da kommt man runter einfach diesen wunderbaren hier nicht irgendwo billig sound gemacht hier mit sechs zylinder und dann hier oder vier zylinder und blas ihm acht zylinders elektro sound entgegen nein echter ganz klarer acht zylinder sound brabbeln brotzen ist hier nicht der fall ja hier wird nicht können sie pang 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 gemacht und schwachsinn was man in der heutigen zeit alles hat nee ernsthaft ja so muss das sei leute richtig muckis zeigen auch wenn ich sie nicht habe hey da unten sind muckis 450 ungenau zu sein und die sorgen einfach dafür nein ich muss sie nicht die ganze zeit von alleine lassen hey ich kann damit auf die rennstrecke gehen wenn ich mir ein coupé hole dann ist das vielleicht für den einen oder anderen auch eine art aggressionsbewältigung den wagen knallhart über die nord schleife zu prügeln nein aber hier cabrio offen fahren die natur genießen die luft einatmen von außen von der landluft ja alles die gräser duft und so weiter klar ok polen allergie und so ich weiß schon aber leute dass das ist etwas was da draußen die krankenkasse zahlen soll sowas leute runterkommen ich brauchen gar nicht den spritkosten überzahlen ne jetzt halt einfach nur zu krankenkassen zuschuss hier für psychologische betreuung das ist alles das sollte die krankenkasse zahlen wenn da kommt man runter da kommt man wieder in die mitte da kommt der familienvater wieder zu sich selbst und kann dann wieder entspannt nach ein oder zwei tagen wenn er wieder zurück ist ins familienalltag zurückkehren die frau umarmen liebkosen die kinder spaßen und im job ist man dann auch wieder lässig also kauft euch ein mustang kauft euch ein acht zylinder einen echten nicht so ein weichgespülten acht zylinder hier mit elektronischen klang nee echter acht zylinder ach herrlich leute leute was soll ich sagen ich bin verliebt ja meine frau auch aber leute was was gibt es denn eigentlich jetzt geileres ist genau der fluchtwagen den ihr als gestresste familienväter aus dem familienalltag braucht wir wir arbeiten wir bringen das geld mit nach hause natürlich auch die frauen wir wollen jetzt gleichberechtigung haben das ist ganz klar aber ich rede jetzt einfach mal so ein bisschen aus dem bauch heraus es ist doch einfach so wir haben uns auch irgendwann mal was verdient wir müssen uns auch was können und so muss dann den gönnen wir uns ja nicht nur für uns selber sondern das ist so ein psychologisches heilmittel was wir einsetzen um dann wieder fit für den alltag zu werden fit für die familie zu werden und wir können natürlich auch unsere frau mitnehmen also von dem her dann haben wir spaß zweierlei wenn ich komme auch alleine flüchten also das ist ja alles wurscht aber nehmt den v8 leute ganz klar 59.000 euro übrigens ist der neu preis hier für das cabrio was ich jetzt hier fahre ich finde das immer noch einen sehr günstigen einstiegspreis wenn man über sich überlegt das coupé geht bei knapp 48.000 euro los als handschalter ich würde auch wahrscheinlich das coupé nehmen ja das cabrio hat natürlich noch mehr mit dem offen fahren ich höre noch mehr den acht zylinder klang und die automatik gefällt mir jetzt nicht so ganz ist nicht so meins ich würde dann handschalter haben wollen habe ich noch ein bisschen mehr selber kontrolle denn das ist ein auto wo ich die kontrolle wieder haben will ja nicht dass ich die kontrolle verliere und überall irgendwo irgendwas auf die einstieg nein ich will im mittelpunkt stehen und das tue ich beim mustang ich arbeite beim mustang ich habe hier ein v8 ich habe was schön was mir den die ohren zudröhnt ohne jetzt mir hier techno musik oder sonst etwas anzuhören um da beschwingt zu werden nein mich beschwingt dieser v8 der hier unter der haube werkelt und das zu einem ordentlichen preis und ich glaube da sollte man sich wirklich mal ernsthaft gedanken machen vor allem wenn die kinder tatsächlich schon mal größer sind ob man sich nicht so ein auto doch noch mal in die garage stellt denn selten sind genug sind sie mittlerweile solche motoren vor allem die gibt es quasi gar nicht mehr die stehen schon auf der aussterbenden gattungs liste und meiner meinung nach was gibt es besseres als wenn man erholt von so einem trip mit einem mustang zurückkommt als gestresster familienvater für meine würfe gar nichts jetzt seid ihr aber dran schreibt mir unten in die kommentare was ihr zum review denkt ich hoffe wir haben das heute mal ein bisschen anders aufgezogen als sonst ich hoffe der mustang gefällt euch vor allem wie gefällt er euch das würde mich jetzt auch mal interessieren seid ihr der ecoboost oder seid ihr der sauger freund seid ihr tatsächlich auch der meinung dass so ein auto doch durchaus so ein bisschen entspannung ist oder was schreibt mir einfach mal was ihr so denkt das ist jetzt ich habe mal meine gedanken jetzt kundgetan und deswegen interessieren mich jetzt eure gedanken die lese ich natürlich sehr sehr gerne und ich antworte auch sehr gerne darauf lasst mir daumen nach oben da wenn es euch gefallen hat abonniert den kanal die aboglocke damit wir uns möglichst schnell wiedersehen und ich glaube ich werde jetzt gleich noch mal eine runde fahren aber jetzt brauche ich erstmal was für zum trinken noch hol mir noch einen kaffee tschüss und servus euer ubi